weiter gehts wir versuchen es doch mal die frage ist wie komme ich jetzt hoch verdammt wo war der weg noch mal da hoch naja genau hier ein da muss ich mich nicht wieder mit den stormtrooper rumschlagen so ok So, war das richtig? Jetzt, ja. Ei, ei, ei. Hör mal. Komisch ist das Fieb, so. Scheiße, Mann, warum geht das immer dann los, wenn ich darüber will? Scheiße, Mann. Ja, Gott sei Dank. Ich habe das Viecher nicht da un. Super. Ich wüsste aber wirklich irgendwie mal. Was haben wir denn hier gehabt? Ein Viech. Was geht's? Viel luck. Viel luck hießen die Viecher. Hm. Kann ich hier nur, kann ich hier nur an Dingspunkten setzen? Ich glaube, ja. Was ist hier? Okay, da sind ein paar Gegner. Ich sehe insgesamt... Eins, zwei, fünf. Oh, ich hab Hunger. Das geht dir vor? Ah! Der Idiot hier. Bin ich der Einzelne, der hier kämpft? Ah! Weiter, weiter ein Andriff vor. Komm, da ist dein Idiot. Ich kann ihn besiegen. Ich will mal tatsächlich... Aber... Den habe ich aber vorher gekriegt. Und tschüss. Uiuiui. Ich muss nicht mehr dringend aufladen, wie ne? Aber wir dürfen das ganze Spiel, was wir eben schon gespielt haben, nochmal neu spielen. Schreck mich doch. Ich komme noch nicht hoch. Wo sind wir jetzt im Moment? Ich habe keine Skims mehr. Jawohl. Geschafft. Man, warum gehst du denn da runter? Gut, da vorne ist glaube ich ein Sprecher, wo ist ein Punkt, oder? Okay. Das Problem, ich habe jetzt drei Gegner und so gut wie kein Leben mehr. Das wird jetzt lustig. Vier Gegner, sogar fünf. Alter, es geht hier ab, ja. Na gut, dann müssen wir es halt auch machen. Ziel gefunden. Wenn du sagst. Nimm ein Wartner, soll ich erledigen. Wir haben einen Jedi erledigt. Ja, welch eine Überraschung. Glückwunsch. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt an dem gleichen Punkt wie vorher auch wieder was war, dass ich die ganzen Scheiße mal neu machen muss. Doch, muss ich. Ach, leck mich doch, ey. Dass ich den ganzen Weg jetzt mal wieder laufen muss. Das ist frustrierend, wenn du dann wirklich alles nochmal neu laufen musst. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Gegner nicht nochmal haben. Aber wir kriegen die eh wieder. Weil wir ja quasi gestorben sind. Ja. Diesmal nicht, mein Freund. Zu früh. Ich bin da, du musst jetzt. Ich bin da schnaue. Ich bin da, ich bin da. Glück gehabt. Ich darf es nicht wieder verlieren, sonst häng ich hier ewig an dieser Ecke fest. Ich darf es nicht wiederholen, sonst häng ich hier und ich darf es nicht wiederholen. Ja, da oben muss ich jetzt und ich muss an diesem Gegner jetzt mal vorbei. Das sind nämlich einige. Davor ist jetzt wieder der nächste Speicherpunkt. So, was haben wir hier? Ein Kommandeur. Okay. Kleine Abkürzung. Hm. Wann ich auch also? Okay. Ich glaube, das ist eh die Höhle, wo wir schon mal waren. Wo müssen wir denn da hin? Dann schauen wir hier hoch, oder? Nein, woher nicht. Okay. Okay, dann haben wir Gott sei Dank weg. Die Frage ist, wie komme ich jetzt rüber? Im Zweifel mit dem Seil. Und epp. Ja, ist klar. Ich muss für dich auf mein Leben fassen. Wir haben den Jedi gefunden. Vielleicht hätte ich ewig treffen sollen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Direkter Treffer. Der Jedi ist geschwächt. Schieß dich wenigstens einigermaßen in seine Richtung. Geil, ey, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder alles noch mal neu machen. Ich würde mich nicht wundern. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir da im gleichen Funktion, wo wir schon am Anfang da waren. Bitte nicht, ey. Das wäre natürlich jetzt assi. Natürlich. Wieder zurück im verlassenen Dorf. Alter, ich will nicht wieder jedes Mal hier starten. Weil ich vor dem scheiß Punkt sterbe. Immer wieder die gleiche Kack, Alter. Ich will ja gleich an diesem komischen Ding da vorbei rennen. Und die ganzen Gegner machen. Und, und, und. Oder haben wir nicht hier in der Abkürzung oder so. Warte mal, wir haben hier in der Abkürzung. Ja. Warum gehst du da runter? Oh, hier kann man ja. Gut, dann müssen wir es halt immer neu machen. Alles nicht. So wirklich weiterkommen sind wir bisher jetzt nicht gekommen. Weil sie es immer auch mal kurz vorm Speicherpunkt raushaut. Wer ist da hinten? Ah, geh mir. Vor allem muss ich den ganzen Scheiß immer neu machen. Das ist das Problem. Ich sag ja schon nichts mehr. Ich sag ja schon. Es sieht ziemlich geschmackt aus. Okay. 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 Wie viel tausend ist es? Okay. Well. So, die maximale Macht erhöht. Jetzt mal die ganzen Tätigkeiten ausgeben. So, alle Punkte. Ausgegeben. Und jetzt geht's erneut auf diesen Weg. Ich sehe mich jedes Mal an dieser Schastobinenanlage sterben. Äh... Hier geht's auch nicht raus, oder? Okay, dann müssen wir noch warten. Okay, das war klar. Okay. 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 Das war's für heute. Oh, Glück gehabt. So, jetzt bin ich hier. Gott sei Dank. So, aber die Frage ist, wo ist dieser Speicherprojekt? Er ist nämlich da hinten erst. Oh Gott, Alter. Ich muss mich nicht jedes Mal nehmen. Du wirst nicht entkommen. Komm zurück. So. Okay, ich muss es nicht jedes Mal vor dem Ding machen. Fällt mir gerade auf. Zu früh. Nein, warte mal. Ich kann ja da rüber raus. Ich kriege da quasi so eine Abkürzung. So, da fängt er dann. Nö. So, das auch. Warte mal, wo bin ich denn da gerade hergekommen? Hier. Warum ich jedes Mal die gleiche Fehler mache? Ich bin nochmal falsch rumgelaufen. Okay, unsinnig aufgeregt. Aber gut zu wissen. Aber gut zu wissen. So, die Frage ist, wie geht es jetzt hier weiter? Hier oben, oder was? Okay. Okay. Genau, in dem Moment, wo ich springe, gibt er mir einen. Hält. Kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Mit dem scheiß Raketenwerfer da, oder was? Ach Gott, ey, bitte nicht nochmal. Aber gut, ich kenne jetzt den Weg. Aber irgendwie kommen wir da gerade absolut nicht raus aus dieser Situation. Komm. So, Feierabend für heute.